Junge, Junge, was ist denn los? Ey, ey, das ist sogar der, der in die Ex hat, wenn wir noch ein paar 7 Liter auch rüber. Ey, schau mal, mach doch mal auf, mach doch mal auf. Der kippt, Junge, der Mann hält das auch aus. Klammermeister! Ja, Alter, da ist er wieder! Klammermeister! Ja, Alter, da ist er wieder! Ja, Alter, da ist er wieder! Ja, Alter, da ist er wieder! Grüß dich, Grüß dich! Wir gehen raus an Hector Panzer! Er hat bereits eine normale 0,7 Liter Flasche Jägermeister geäxt, sowie eine Flasche Mothäuser Doppelkorn, eine Flasche Wodka, eine Flasche Goldkorn. Nicht zu vergessen, die Flasche Feigling. Und ja, dadurch hat er sich einen sehr, sehr großen Namen in Deutschland gemacht. Und er glänzt mit seiner Priorität des Echsen. Hallo? Jetzt sind Sie gegrüßt. Jägermeister! Jägermeister! Ja, Alter. Hör mal, Gott, du hast Extraordel. Ich hör mal wieder! Jägermeister! Ja, ich hör mal wieder Enkel in departaan, jägermeister! Ja! Ja, Alter, da ist ja... Elendst so, der ist der eine Kräuter, der ist der eine Kräuter... Jägermeister, es werden vergessen, Jägermeister, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 3 4 6 Untertitelung des ZDF, 2020